So, es geht weiter nach, ich würde jetzt sagen, Aufnahme Nummer 4 ist das, glaube ich, oder? Wie geht der Verkehr? Ja, es klappe die 4. Ja, weil Vipa hat irgendwie Probleme mit seinen Left 4 Dead, das schließt sich wohl die ganze Zeit, ohne Grund. Und jetzt habe ich die alten Aufnahmen einfach mal gelöscht, weil das voll für ein Arsch war. Ich alleine da war echt für ein Arsch. Okay, Vipa, meinst du, das läuft jetzt wirklich? Ja, sollte jetzt klappen. Okay, ich drücke auf Spiel starten, okay? Jop. Gut. Aber wenn es nicht klappt, dann musst du echt mal irgendwas da ändern bei dir. Keine Ahnung, was das ist. Weil die anderen Aufnahmen, die liefen einwandfrei. Ja, verstehe ich auch nicht. Einfach scheiße. Ah, ich glaube, ich habe noch den Uncatch-Patch an. Weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie, dass dein Uncatch-Patch nicht richtig gestartet ist, was er deswegen einen Error gekriegt hat? Auch schon, ich habe alles als, 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 als. Das hat mein Administrator geöffnet. Okay. Das ist dein Begräbnis. Wie gesagt. Erstmal und diese, äh, dieses Kapitel noch und dann kommt Dings, ne? Hier, unser, 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 unser. Geil. Geil. Fass. Ne Faffe. Okay, ähm, liebe YouTube-Leute, ihr seht das, glaube ich, sicherlich selber. Waffen leuchten bei mir. Ansonsten ist mein Bild komplett schwarz. Ähm, ich sehe nur die Waffen auf dem Boden, wie sie leuchten. Das lade ich auch so hoch. Und sehe nur die Namen, wo ihr steht. Ansonsten ist bei mir alles schwarz. Das heißt, so viel wie war, du wartest jetzt kurz auf mich. Ich starte nochmal neu. Hahaha. Also, bis gleich. Okay. So, liebe YouTube-Leute, es geht weiter. Jetzt habe ich wieder ein Bild. Ähm, ich bin so jetzt. So ein Bild drin. Rippa, wo bist du? Hör auf, da rum zu hüpfen. Kommst du? Kann losgehen. Ja, ich glaube, mich auch rein. Okay, ich werde mich opfern. Du wirst da unten schön auf der Brücke stehen bleiben, okay? Die Flusspale. Das weiß ich noch welcher Lüte das war. Ich meine den Link, den er anstellte. Oh, ich will das von Max, ich will das gerade nochmal im Vergleichen. Äh, mit welchen Link meinst du? Ja, wo du das Lüte haben wolltest. Welches? Wo dir das Lüte fehlt, wo du meintest, von welcher Lüte? Deswegen hier, wenn ihr wisst, wie das Lüte heißt, sagt Bescheid. Ach so, ja, wo hier ist Grillex Life in Miami da zu sehen ist. Eine Minute 27, wie wir da vorspielen. Ja, genau. Danke. Reloading! Also auf eine Minute 27 ansetzen. Reloading! Wie war, kommst du? Reloading! Ja. Ja. Die Trimper hat kurz, äh, gib mir Guterz. Jo, alles klar. Oh, cool. Er ist Fröschschläger. Komm, ab zum nächsten. Ja, ich mach schon mal gleich den nächsten an, ne? Damit wir, wie schnell wie möglich wir durchkommen. So, ab zum letzten, kommst du? Oh, Tank. Oh, voll, ich bin still. Kuiper, du bist so ruhig, was los mit dir? Ach, das ist ziemlich cool, Mann. Dieser tote Tank, ich häng hier überall fest. Jetzt, ja. Ich hiel mich mal kurz, wenn du... Alter, Mann. Ja, ich bin schon dabei. Boah! Jockey, 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 jockey! Ich mach ihn an. Lack da noch ne Teipon? Das ist ein One-O-Track an dem Haus, auf jeden Fall. Ja, toll. Hier liegt aber keine Teipon mehr. Hast du noch eine, Viper? Ja. Gut. So, Tank kommt. Ich schiebe mich mal kurz. Lauf, 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 lauf. Oh, ja. Noch ein Tank. Ich weiß aber nicht von welcher Seite. Wow. Linke Seite, linke Seite. Aber nachgang, kriegst du noch nie. Hm? Da. Okay. So, ab auf die Brücke, komm. Komm, 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 komm. Oh, Freunde, es gibt Gas. Okay, Viper, wenn ich sage, ready, schmeiß bitte die Pimp-Bomb, okay? Ja. Mein Spieler muss den Generator wieder anmachen, okay. Ja, wir machen gerade das letzte Play-Rater. Viper, schmeiß mal die Pimp-Bomb irgendwo da unten an der Brücke hin, sodass ich frei durchkomme. Genau, danke. Heißt, du hört, dass die Pimp-Bomb ist, sodass ich nicht. Jo, fertig. Wuhu. Obwohl wir alle sterben, ich habe gedacht. Ja, einer musste sich opfern. Und das war ich. Der tapfere Soldat geht wieder zugrunde. Ja, Max. Max, hattest du mitgekriegt? Was denn? Du musst nicht sterben, du warst scheiße. Ich sag das Lied. Das Lied gibt es so nicht mit dem Bass. Hm, okay. Leertaste zum Überstimmen. Stimmen. Hä, was? Überspringen, Stimmen. Mein Gott. So. Ja, das war die Kampagne. Also, bis zur nächsten. Vielen Dank.